Kommt drauf an, wann, ne? Und das Helftiker kommt. Ja, eben. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen, Fald Architekt wieder am Start. Heute, PRC Räikköen mit der PRL 100% Liga in Kanada. ML Entertainment, F1, EC, Kevkev und Jolme Matt. Grüße. Ja. So. Kurz und schmerzlos. Mit einer Anfektion. Ja, das war einfach jetzt... Links sind natürlich in der Beschreibung. Man kennt's. Yo. Ja, ja, klar. Ich fahre doch nicht. Bei mir nicht. Ich fahre doch nicht. Ist abgehoben. Ist natürlich auch geil, wenn du so gar nicht eingefahren bist und jetzt hier so reingeschmissen wirst, aber Kanada ist easy. Ist sehr, sehr verschuldet, ne? Nein, Kanada kann ich nicht. Kannst du mich nachts wecken, hier kann ich... Warte, wie hat er gespielt? Ist noch 0. Die spielen ja noch. Die fahren ja noch wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich fahren nicht. Er fährt bei dir, Bruder. Ich fahre jetzt. Ich versuche jetzt einfach mal hier meine Strattlinge. Guck mal, ob das... Ja, ich starte einfach auf Mediums und dann gucke ich, was so passiert. Ja, same. Das Ding ist, was ich mir vorstellen kann, dass Tobi auf Softs geht und versucht wegzufahren. Das kann ich mir so gut vorstellen bei ihm. Tobi ist auf 8, ne? Bemerkt's, ja? Bemerkt's. Stimmt. Tobi ist auf 8. Oh, lol. Ja, der ist hinter uns. Okay, dann wird das doch nicht machen. So, dann... Ich dachte, aus irgendeinem Grund, der wäre vorne mit dabei. Vor der Reihe oder so. Er hat's mit Inters verschossen. Er hat ja gepokert auf Inter. Ja, stimmt. Ich glaube, er hätte es geschafft, aber er hätte es in der letzten Kurve verschmissen. Ah, schade. Ich hoffe, meine Starts werden mal besser mit Lenkrad rein. Aber zur Zeit. Ich bin der einzige Softfahrer hier. Ja, das ist gut. Dann hast du die Reifen und die Bremsen. Schnapp ich halt ein, ne? Ja, ein-schicken, ein-schicken. Gott, zum Ein-schicken. Weißt du, was das Schlimmste ist? Das wird sich ja nicht starten. Ja, und ich stehe hinter ihm. Er hat Lohn und gar mehr Aries. Du können alle besser starten. Viel besser. Schaffst du das gut? Ja? Maxi, du sagst so, ja, nein, das kann ich starten. Das soll schon, wir starten rechts von ihm. Ich starte hinter ihm. Das ist immer schon. Das ist ein bisschen absteigend. Ja, das ist gut. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Wenn das ja nie einmal ist. Viel Spaß mit dem Ton. Ja. Wenn du da mehr reinfährst, ist ja ein Schluch. Aber dann bist du auch in der Standaufstellung. Ja, aber mir hat mal ein weiser Mann gesagt, wenn dir jemand, dass ich das nur auf den Vorderrand schauen und der dir da reinfährt, der ist dann schuld. Wer ist der Weisemann? Keine Ahnung. Das ist der Geo. Ne. Geo. Also eigentlich ist für mich, äh, eigentlich ist für mich Aries der Weisemann, aber er hat nicht gesagt, dass du nicht, ich hab keine Ahnung, wer es war. Das ist wahr. Wie früh wird übernommen, hä? Hä? Aber ich. Ich dachte, man fällt noch viel Kohl, aber mir. Ich hab auch. Jetzt hab ich eher es auf zwei, ey. Du bist toll. Kannst du ja am Start E umstellen. Ne. Abwohl, ich lasse es auf zwei, weil mein Start auf Kling ist eben, äh, kurz. So. Viel Glück. Ja, viel Glück, Heinitz. Viel Erfolg. Oh, Tobi hinter mir, der wird mich überholen, glaub ich. Oh, ich hab die Ente vor mir. Das ist Gefahr. Ja, Jack. Ja, fahrt immer alle. Scheiße. Flügel Schaden. Boah. Stark, oder? Ganz stark. Orange. Ja, fahrt immer so. Okay. Wir sehen direkflügelgeschäden am Frontflügel. Geil, schau mal. Jetzt kommen wir da auch. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ja. Ja, die fährt weg, oder? Nee. Geht. Aber das Safety kann jetzt schon. Oh, ja, komm. Komm, ab. Er hat verlassen. Dix wird verlassen, ja, der ist mit ihm reingefahren. Genau. 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 Der ist mit ihm reingefahren. Ja, der ist mit ihm reingefahren. Er hat nicht so viel auf den Weg. Ich stehe nicht auf den Weg. Und stell außerhalb von Windscher. Ja, ja. Ja, natürlich jetzt die Lost. Egal. Ich hol jetzt auf mit Softs. Kann ich schon in Ruhe fahren. Ich krieg hier noch genug raus. Jeff Silesen. Digger. Fertig, los jetzt. Noch ne Verwarnung. Alles klar. Ich hab Soft ausgewählt, der Wechsel auf Medium ist stark. Sogar. Gebt jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Gebt jetzt. Gebt jetzt Gas, die Verwarnung am 근� LEE rein ham Wheels war. Gebt jetzt früh neu. Gebt jetzt geht es mit nem hurdle an L aire angezogen. Über die Verwindung ist es nicht sehr wichtig. path geht und mit dem Vi considering und ich sich ziemlich viel Zeit schenken darf. Gebt jetzt anticipiert. Geld also weg wird von einem Anger zu Hosten. etkt, cascer households heute=" Oh mein Gott, in drei Runden, an derselben Stelle mit einer Paranon bekommen. Okay, wir sind jetzt in Runde drei. Das DRS wurde aktiviert. Oh mein Gott. Ja, das macht. Fahrer vor mir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind zwei Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,19,4. Wir haben reichlich Benzin übrig und können den Motor auf Mischung 3 einstellen, wenn du sie brauchst. In die fette Benzinmischung. Okay. 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 Ich frage mich, wieso ich an den Graben nicht ranke, es war immer noch 4er Flüge. Ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich. Ich frage mich, ich frage mich. Ich frage mich, 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 ich frage Ich habe keinen Bock mehr auf die Faxen. Aber ich kriege gerade alles mit mir. Ich habe keinen Bock mehr auf die Faxen. was habt ihr gemacht ich merke das mit auto ausbricht direkt auf die bremse näher dreht sich weiter so wie ich reifen solchen ich weiß nicht so kann wer sagen man basis machst du ich kann vorstellen dass auf arz geht es kann ich kann mit folgern sind box von der macht sich also also bitte selte geld ich verstanden weil ich stand auf der strecke so 15 prozent hin ich hoffe die wechseln jetzt auch die soft aber das ist erst gekommen dass es mich zurückgedreht habe also ich war ja gegen die strecke und es kam erst als ich mich zurückgedreht habe schade für dich kämpfe aber gut für mich naja was heißt schade ist safety car ich bin auch dran so halb außer punkte aber ja das ist wer von strapp ist die entscheidung da meine aber ist gut naja ich muss